Hallöchen, ihr Lieben und Willkommen zum Recap des neunten Spieltages beim Dattelbowl unserer schönen Fantasy Football Liga. Und ja, im ersten Spiel sind die Ruhrpott Buccaneers gegen die Diaswolders angetreten. Letztere sind dabei ordentlich unter die Räder gekommen. 159 zu 93 Spielchen. Oha, 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 das ist nicht so dolle. Und Grund dafür sind offenbar nicht die Quarterbacks unbedingt. Denn Winston hat mit 20 Punkten recht ordentlich performt, aber auch nicht übermäßig. Und Allen mit 14,88 Punkten auch jetzt nicht so überragend. Grund dafür sind eher ein paar hohe Punkte, aber auch sehr mittelmäßig konstant. Es gibt auch ein paar Schwächen, wie ich gerade sehe. Zum Beispiel im Lauf mit Fournette und Sonny Michel, die hier in dem Spiel gar nicht richtig zünden konnten. Dafür hat Lindsay aber ordentlich Pünktchen gemacht. 15,2 Punkte, gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und das Receiving Corp, das ist mega gewesen. Marvin Jones hier mit 18,6. Mike Evans hat abermals funktioniert mit 180 Reception Yards und einem Touchdown. Langsam ist er wieder auf bestem Weg, tatsächlich sein nächstes Jahr mit über 1000 Yards zu schaffen. Godwin war da nicht ganz so oft gefunden, 61 Yards und 8 Rush Yards, aber immer noch ordentlich. Kittel hat auch wieder richtig gut performt mit 13,9 Punkten. Mehr kann man von einem Tight End kaum erwarten. Auf der Flex-Position sah es ein bisschen dürftiger aus mit 7,6 und 3,6 Punkten. Da konnte auch der Kicker von den Jacksonville Jaguars nicht viel draufpacken, weil die einzigen Punkte, die die Jacks gemacht haben, waren leider nur das eine Feed-Goal. Ich habe mir für die Jacks deutlich mehr gewünscht, weil irgendwie ist die Mannschaft mir sympathisch, vor allem wegen Gardner-Menschuh natürlich. Aber die sind ordentlich unter die Räder gekommen, obwohl das ja wirklich ein Heimspiel war. Die Jaguars haben eine mordsmäßige Statistik in London, haben sehr oft gewonnen dort. Aber dieses Mal sollte das einfach nicht sein. Ohne Bortles geht das offenbar nicht ganz so gut. Defensiv, die Titans-Defense, die hat irgendwie doch ein paar Federn lassen müssen. Und auch die Steelers haben eigentlich recht gut Punkte zugelassen. Aber 5,6, eine Interception und zwei Fumbles sowie ein Defensiv-Touchdown haben das Ganze richtig rausgerissen mit 17 Punkten, die ist dann am Ende worden. Auf der anderen Seite, ja, gucken wir uns das Desaster mal an. Es sind durchaus Spieler mit zweistelligen Zahlen, so viel können wir schon mal festhalten. Tom Brady gegen die Baltimore Ravens, auch richtig unter die Räder gekommen. 20 zu 37 verloren, erste Niederlage der Saison, macht das Ganze aber natürlich ein bisschen spannender. Hat nicht viel mehr Fantasy-Punkte erreicht als Sam Darnold, der auch so ein bisschen gegen Miami geschwächelt hat. Das kannst du auch keinem erzählen. Dabei sind die noch richtig gut rangekommen. Miami hat, glaube ich, zwischenzeitlich ordentlich geführt. Ich weiß nicht, ob Fitzpatrick da noch ordentlich Ärger bekommen hat, dafür, dass er die Dolphins zum Sieg geführt hat. Man munkelt, man munkelt. Auf der Running-Back-Position sah es noch katastrophaler aus. Ekele und Schupp haben zwar fast die 10 erreicht, es fehlte bei beiden der Touchdown. Aber Royce Freeman 1,4 Punkte. Nicht gut, nicht gut. Und Receiving noch schlimmer. Golden Tate 5,8. Robinson 0,6. Und auch mein geliebter Juju Smith-Schuster ist mit nur 16 Yards und damit 1,6 Punkten total Grütze gewesen. Und auch Travis Kelsey, was ist mit dem los? Ich weiß es nicht. Wobei, letztes Mal hat er ja so halbwegs funktioniert. Zumindest mal einen Touchdown wieder gefangen. Aber das ist noch nicht der Kelsey, den wir aus der letzten Saison kennen. Und jetzt natürlich erstmal Ohnum Holmes, wo man dann erstmal sehen muss, wie lange das ist. Ich denke, so lange wird es nicht dauern, bis er zurück ist. Aber gegen mich kann er gerne noch ausfallen. Waller, der hat auch nicht so viel mehr Punkte, beziehungsweise gar nicht mehr. 10 Yards weniger. Aber trotzdem geht noch in Ordnung. Der Crowder hat zumindest seine Flex-Position richtig gut erfüllt. Auch wenn die gegen Miami verloren haben. Mit 14,3 Punkten. Und ansonsten Kicker und Defense. 5, 6 und 3 Punkte. Auch nicht wirklich überragend. Können wir ja mal gucken. Gab es hier Möglichkeiten? Ja. Ronald Jones von den Bucks hätte da ein paar Pünktchen mehr gebracht als manch andere. Und auch die Ravens-Defense war natürlich gegen die New England Patriots nicht so gut zu erwarten. Haben 13 Punkte gemacht, weil da auch ein Defensiv-Touchdown mit dabei war. Auf der anderen Seite war jetzt nicht so viel Potenzial gewesen bei den Ruhrpott-Bucks. Gut, Michelle hätte man austauschen können gegen Breder. Aber das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Von daher ganz, ganz eindeutiger Sieg. Und mal sehen, wie sich die Dice-Wolters da wieder aufrappeln. Ein vermeintlich eindeutiges Spiel war zwischen den Chaotik-Wolters und den Foggers. Zumindest wenn man auf die ersten 5 Matches blickt, wo die Foggers 5 Siege davon getragen haben. Dann allerdings eingeknickt sind und 3 Niederlagen hintereinander hatten. Gegen die Chaotik-Wolters konnten die sich aber doch ein bisschen rehabilitieren. Und mit einer starken 171-Punkte-Leistung zu 121-Punkte soll ich mal einen relativ klaren Sieg nach Hause tragen. Und bei den Chaotik-Wolters schaut es jetzt von den Quarterbacks gar nicht mal so schlecht aus. Cousins richtig starke Leistung, 21,3 Punkte, auch wenn es nicht gegen die Chiefs gereicht hat. Und die Sean Watson auch mit einer soliden Leistung, 19,74 Punkte. Im Schnitt sind die über 20 Punkte. Kann man nicht drüber meckern. Wo man allerdings drüber meckern kann, ist auf jeden Fall die Leistung von McCoy. Der nur 9 Rush Yards gemacht hat und damit so gut wie keine Punkte. Dafür aber Kenny Drake hier 24,2 Punkte. Bam! Gar nicht mal so schlecht. Und Carson auch nicht schlecht mit 11,3 Punkte, obwohl da auch ein Fammel mit dabei war. Auch wenn der Fammel natürlich doppelt so wehtut. Hat allerdings am Sieg letztendlich nichts geändert. Ja, ja. Ein kleiner, trauriger Tag war es. So spannend die Begegnung auch war. Die Bucks haben sich sehr gut geschlagen. Auf Wide Receiver Position. Ja, da sieht es auch nicht so viel besser aus wie vorher bei den Dice Rollers. 6,9, 3,6 und 6,3 Punkte. Hm. Nicht so schön. Und dann auf Tight End gab es sogar die schwarze oder rote 0. Wie auch immer man sie anmalen will. Und es wäre auch nicht besser auf der Flex Position. Was ist denn da? Barber 1,5. Conner 0. Ich weiß nicht, was da vorgefallen war. Entweder nicht richtig aufgestellt oder einfach etwas Pech gehabt. Ich weiß es gar nicht. Muss ich mal gucken. Ah, da war inactive gestellt. Allerdings auch erst am Sonntag. Kann man dann nicht immer nachdingsen. Mal kurz gucken. Wie war es hier? Remain sidelined. Okay. Hätte man vielleicht... Ja, hätte man, glaube ich, noch rechtzeitig machen können. Aber egal. Ich glaube, das hätte am Ende auch nicht viel geändert. Kicker mit 4 Punkten. Nicht sonderlich toll. Hat halt kein Feedgoal gehabt, sondern nur die PATs. Aber Cowboys Defense. 18 Punkte. Richtig geil. Und Patriots Defense. 4 Punkte. Nicht so geil. Auf der anderen Seite bei den Foggers. Der Rekar hat auf jeden Fall mit fast 20 Punkten ganz gut performt. Aber Brissett. Autschi bautschi. Ich glaube, der war allerdings auch verletzt raus. Oder? Ich glaube, der war irgendwie... Genau. Exit Sunday's Game. Da war dann auch, sage ich mal, höhere Mächte. Hat aber nicht viel geändert. Denn der Lauf der Foggers. Guckt euch den Lauf mal an. Henry 21,9. McCaffrey 34,6. Jacobs 24 Punkte. Das allein hier sind schon... Ja, knapp an die 80 Pünktchen, die hier aufs Scoreboard gelegt wurden. Allein mit den Normalo-Running-Backs. Und da macht es nicht so aus, dass die Receiver recht durchwachsen waren. Allen 4, Williams 4,8. Aber dann war Lockett da, der richtig gut mit Russell Williams funktioniert hat. Und der auch scheiße gedeckt wurde. Von einem, sage ich mal, Ersatzspieler der Bucks, der die Rolle als Rookie eines Top-Defense-Spielers einnehmen musste. Und der Rookie, der war natürlich heillos überfordert gegen Lockett. Andrews dann allerdings wieder 3,1 Punkt. Anderson 3,3. Also das ist hier Berg- und Talfahrt. Aber auf jeden Fall interessant. Williams dann mit 10,9 wieder besser. Dann haben wir Hauschka mit 6 Punkten. Nicht überwältigend, aber auch nicht scheiße. Packers-Defense, die haben auch richtig schön auf den Sack bekommen. Oder eher auf den Sack. Ich weiß es nicht. 2 Punkte nicht so gut. Und die Cold-Defense dann mit 8 Punkten relativ solide. Ah, ich erkenne das Problem bei den Chaotic Wolves. Da war nicht so viel, was die tauschen konnten. Weil hier lediglich Samuel noch da war. Gut, den hätte man noch statt Conner hier auf Flex setzen können. Aber das hätte auch nicht viel geändert. Und die Bears-Defense, die hat jetzt auch nicht besser abgeschnitten als die Patriots. Von daher gehuppt wie gesprungen. Mund abwischen, weiter geht's. Ich weiß nicht, gegen wen die Chaotic Wolves als nächstes antreten. Aber der Keller, der muss noch nicht das Ende sein. Einen ähnlichen Punkteabstand, aber doch ein paar Punkte mehr insgesamt, hatten die Playhouse-Kickers gegen die Lente Löffler. Letztere mit 187 Punkten. Die beste Mannschaft dieses Spieltages. Gratulation dazu. Das ist echt mega. Und die Playhouse-Kickers, wie gesagt, die waren gar nicht so schlecht mit 140 Punkten. Da hätten die zwar auch gegen die Sieger der anderen Partien nicht gewonnen, aber auch nicht gegen alle Verlierer. Es war eigentlich ein punktestarker Tag. Es hat sich nur relativ stark gestreut am Ende. Die Playhouse-Kickers mit Baker Mayfield und Murray richtig gut unterwegs. Im Schnitt auch die Quarterbacks 20 Punkte. Ganz in Ordnung. Running-Backs, sag ich mal, auch ein guter Schnitt, aber trotzdem nicht überwältigend. Ezekiel Elliott mit 13,9 Punkten. Cook mit 11,6. Mack mit 8,9 Punkten. Da ist jetzt überall gute Leistung, vor allem auch ohne Touchdowns bei allen. Aber es fehlt halt doch so diese eine Running-Back, der vielleicht durch ein, zwei Touchdowns das Ganze dann nochmal dominiert. Und auch bei den Wide-Receivern war zumindest Hopkins und Landry relativ gut unterwegs, die auch mit einem Touchdown. Aber bei Stefan Diggs war irgendwie der Wurm drin. Der hat mehr Yards gerusht als Reception gehabt. Aber vermutlich, denke ich mal, durch einen Pass, der einfach so leicht nach hinten war. Dass der als Rush galt. Sonst wäre das nämlich ein bisschen traurig. Und Engram hat dann mit 5 Punkten, ja, jetzt auch nicht überwältigend, aber für die Tight-End-Position geht es in Ordnung. Ganz im Gegensatz zu Ebron, der nur 1,6 Punkte erreicht hat. Nicht ganz so tolle. Dafür Singletary. Der wurde sich ja geschnappt vom Wavermarkt. Ich weiß nur nicht wann. Der hat richtig gut performt. Also, holy cow. Da ist ein guter Steal auf jeden Fall gewesen. Ich glaube, da wurde hier nach dieser Leistung hier, wurde der, glaube ich, getroppt oder sogar hier. Ich weiß es nicht. Aber gegen Redskins war es auf jeden Fall die perfekte Wahl gewesen. Mal sehen, ob Singletary das bestätigen kann oder nicht. Das werde ich gespannt weiter verfolgen. Aber ansonsten, Tucker, Browns und Jaguars 7,5 und 3 Punkte. Naja, naja. Könnte besser sein. War es aber nicht. Wo richtig gut Power drin war, war bei den Lenter Löfflern. Und da kann man echt sagen, die Quarterbacks haben die Grundlage gesetzt. Russell Wilson mit einer tadellosen Performance. 39,22 Punkte. 378 Yards. 5 Touchdowns. 21 Rush Yards. Und dennoch eine 2-Point-Conversion. Wo ich mir nicht mal sicher bin, ob er die nicht sogar selbst gelaufen hat. Habe ich jetzt gerade gedanklich nicht ganz auf dem Plan. Aber 39,22 Punkte. Da ist er zusammen mit Lamar Jackson vielleicht sogar Anwälter auf das beste Doppelgespann. Wäre mal auch was anderes mit zwei Quarterbacks. Denn Lamar Jackson hat auch brilliert im Sieg gegen die Patriots. Und das eigentlich nicht durch die reinen Passleistungen. Das waren noch 163 Pass Yards und ein Pass Touchdown. Allerdings hatte der gute Mann auch 61 Rush Yards, was für ihn nicht so ungewöhnlich ist. Und dazu auch noch zweimal den Lauf in die Endzone. Und ja, das bringt natürlich ordentlich Punkte aufs Konto. Da stört es denn auch gar nicht, dass der Lauf hier an sich nicht so doll war. Also nicht von Ravens, sondern von Lenter Löfflern. Johnson mit 14,1. Noch richtig gut. Aber dann 2,9 Punkte nur von Aaron Jones. Barkley hat mit 9,5 Punkten allerdings mehr Reception Yards als Rush Yards gemacht. Bei den Receivern war allerdings wieder, da gingen die Akta-Bahnen so ein bisschen nach oben wieder. Sanu hatte wunderbares Spiel für die Patriots gehabt. Der funktionierte offenbar ganz gut. 14,1 Punkte. Cooper 14 Punkte. Madcalf mit 21 Punkten. Muss man sich echt nochmal im Kopf zergehen lassen, wenn Lockett schon derart viele Punkte macht und Madcalf dann ebenfalls nochmal 21 Punkte macht. Da fragt man sich, wie geht das? Und ich habe es leider bemerkt, wie das ging. Der Tight End Fels, der hat, sage ich mal, das Beste gemacht aus dem, was er hatte. Ein Reception Yard und ein Reception Touchdown sorgt immerhin für 6,1 Punkte, auch wenn es eigentlich relativ bescheidene Stats sind. Dann auf der Flexposition Gallup und Sanders mit 9,3 und 7,3. Nicht überragend, aber für die Flexposition lässt sich das ganz gut an. Und auch Sly als Kicker und Bills und Vikings sind mit 6, 8 und 7 Punkten jetzt gar nicht so schlecht gewesen. Aber dominierend waren halt wirklich Quarterback-Leistungen und die richtig guten Receiver hier. Also das war die Grundlage für derart viele Punkte. Und auf der Bank, was wäre da noch gewesen? Allen hätten die noch gehabt mit 17,6 Punkten, aber das war es dann eigentlich auch schon. Greg Olsen hat zwar ein paar mehr Yards gemacht, beziehungsweise 40 Mal so viele Yards Raumgewinn gemacht wie der eingesetzte Tight End, aber trotzdem weniger Punkte insgesamt. Auf der anderen Seite, Tannehill wäre hier richtig gut gewesen. Das erstaunt mich. Wobei, da sind auch Interceptions mit dabei und insgesamt natürlich 20 zu 30 verloren. Das ist, denke ich mal, auch nicht so das, was man in Tennessee will. Dann McKissick, der hat auch ganz gut gespielt. 32 Yards gelaufen, 40 Reception, ein Touchdown. Der wäre natürlich auch hier noch äußerst gut gewesen, wenn man den hätte platzieren können. Zum Beispiel statt Ebron. Aber auch das hätte am Ergebnis nichts geändert. Die Lenter Löffler einfach unwiderstehlich gut, haben so richtig schön den Gegner zerknuspert. Und ich denke, Thorsten ist auch ganz fröhlich, dass seine Seahawks da gewonnen haben. Das war ja ohnehin ein Spielchen, das dann am Ende in der Schlussphase, weil es auch auf RAN NFL gezeigt wurde, nochmal richtig schön Gas gegeben hat im Chat. Also da war ordentlich Dampfwinter. Und ja, Overtime ist halt nicht immer gerecht. Aber es ist ja für beide Mannschaften ungerecht. Von daher, die Seahawks haben es einfach verdient, da Russell Wilson einfach sowas von unschlagbar gewesen war. Da hatte die schwächelnde Pass-Defense der Buccaneers einfach nichts entgegenzusetzen. Und wenn wir schon bei Buccaneers sind, dann kommen wir natürlich auch noch zur letzten Begegnung von Schwellenfeier gegen die Duddle Bay Buccaneers. Und das war nicht nur das Keller-Duell mit zwei Mannschaften, die 2-6 standen. Nein, das Keller-Duell war auch das insgesamt punkterreichste Spiel des Spieltages. Willkommen im Himmel des Fantasy-Footballs. Das gibt es nur da, dass die schlechtesten Mannschaften das geilste Spiel abliefern. Und auch das engste Spiel. Denn ich hatte zwar 177,22 Punkte und war damit richtig happy. Aber Schwellenfeier hat es auch auf ganze 153,82 Punkte gebracht. Und hätte damit doch auch gegen einen großen Teil der Mannschaften gewonnen. Aber gucken wir doch mal so ein kleines bisschen auf die Punkte. Und da möchte ich zuerst bei mir ein kleines bisschen chronologisch vorgehen. Und zwar waren meine ersten beiden Spiele waren Kuhlmann und Schark, die mit 3,6 Punkten und 3,2 Punkten sagen wir mal ein bisschen unterhalb meiner Erwartungen gespielt haben. Aber sieht man von der Giants Defense ab, waren es dann auch die schlechtesten Spieler. Auf der anderen Seite war Schwellenfeier am Anfang ganz ihres Namens entsprechend richtig on fire. Als ich, da war ich irgendwie 20 Uhr etwas auf dem Rückweg von meiner Rollenspielgruppe, beziehungsweise war es schon 21 etwas, als ich erstmals drauf gucken konnte richtig. Da lag ich irgendwie in der Projection 20 Punkte zurück und dann kam auf einmal so der völlige Turnaround und ich stand irgendwann mit 50 Punkten in der Projection vorne. Hat sich dann allerdings auch ein bisschen gemindert, dass es am Ende in Anführungsstrichen nur knapp 23, 24 Punkte waren, die ich dann vorne war. Aber das war trotzdem, sage ich mal, richtig schön, wie so zwischen, ach, ist das alles verloren, bis hin zu, ja, ja, ja. Und gucken wir doch mal an, wie die Spieler insgesamt hier performt haben. Stafford und Preskitt, da war ich richtig happy bei meiner Entscheidung, weil bei Stafford war ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn aufstelle. Wie gesagt, die Jaguars, sie haben eine richtig gute Bilanz in London bisher gehabt. Und da war ich natürlich am überlegen, ob ich Minshew aufstelle, der mit 7,76 Punkten, sage ich mal, nicht seinen besten Tag gehabt hat. Und Stafford hingegen mit 24 Punkten richtig gut. Auch Preskitt hat richtig gut performt. Im Lauf, außer Coleman, den ich schon angesprochen habe, Ingram und Bell jeweils mit 12, etwas Punkten, wobei Bell jetzt leider ein bisschen angeschlagen ist. Da muss ich ein kleines bisschen hoffen. Und auch beim Receiving bis auf Shark lief. Ist super. Golliday, 19,2 Punkte. Der ist richtig zuverlässig im Moment. Und auch Sutton konnte mit 12,3 Punkten richtig schön was mit nach Hause bringen. Henry hatte 8,4 Punkte. Damit war ich auch völlig zufrieden. Und auch auf der Flexposition Moore und Montgomery haben auch richtig gut funktioniert, wobei Montgomery glücklicherweise zwei Touchdowns hatte. Ansonsten wäre das auch von Punkten jetzt nicht übermäßig gewesen. Aber gelegentlich muss man ja auch ein kleines bisschen Glück haben. Glück hatte ich auch mit Batker, der noch im letzten Viertel, glaube ich, 8 Punkte dazu bekommen hat, weil darunter ein über 50-Jahre dabei war und noch ein normales Feed-Goal. War richtig schön. Panthers haben auch relativ gut performt, dafür, dass sie 20 Punkte zugelassen haben. Nur die Giants-Defense nicht so sehr. Auf der anderen Seite, Rodgers hatte nach zwei Spielen nach seiner Killer-Performance hier und auch gegen Kansas City war gar nicht mal so schlecht, hat er irgendwie so richtig einen Durchhänger gehabt. Also nur ein Touchdown, 161 Yards, wobei gegen Ende kam noch ein bisschen was drauf. Zwischenzeitlich sah es nach der ersten Hälfte noch katastrophaler aus. Die Chargers, die haben auf irgendeine Art und Weise, leider habe ich das Spiel nicht so wirklich gucken können, wobei das war auch, glaube ich, das Spiel, wo die Bugs parallel waren. Ich glaube, deswegen habe ich es nicht geguckt. Genau so war es. Da wurde ja später rüber geschaltet. Dann habe ich nämlich auch ProSix Maxx eingeschaltet. Ich weiß nicht, was die Chargers gemacht haben, aber sie haben es offenbar richtig gemacht. Dafür haben die Garoppolo mit 28,88 Punkten richtig super. Also Garoppolo, der liefert einfach im Moment ab. Gore mit 1,5 Punkten war dann allerdings katastrophal. Dann geht die Achterbahn wieder nach oben, Hyde mit 14 Punkten, Gordon mit 22,9 Punkten, ist also eher so eine Katapult-Achterbahn, die ihn allerdings auch schnell nachlässt. Fitzgerald und Odell Beckham, 3,8 Punkte und 8,2. Wobei, das war schon wieder eine bessere Leistung von Beckham. Vielleicht ist das ja so ein bisschen Fingerzeig wieder in die richtige Richtung. Aber hier, Tyreek Hill, der ist jetzt auch wieder back. 20,5 Punkte, richtig schön. Zach Ertz als Tight End, 16,3 Punkte, über 100 Yards dabei Reception gemacht, bombenstark. Cobb ist dann wieder so ein bisschen, ja, ein Cobb kürzer, 1,5 Punkte nur. Dafür Howard, 14,3 Punkte wieder richtig gut. Also, es geht auf und ab, auf und ab. Crosby, nur 5 Punkte gekickt, allerdings war da auch nicht so viel mehr zu holen. Ich meine, das war ein einziger Kick, über 50 Yards und den hat er richtig schön versenkt. Von daher, er hat das Beste aus seinen wenigen Möglichkeiten gemacht. Cheese Defense, ganz katastrophal, nachdem die zuletzt richtig gut waren. Zuletzt hatten die, na, wo ist es denn? Ach Gott, das ist aber auch hier so ein bisschen, nee, gegen Green Bay nicht so. Gegen Dan, da hatten die die 24 Punkte. Da waren die richtig stark unterwegs. und auch die 49ers, die waren nicht so dolle. Also, da kann man echt sagen, das war so ein Spieltag, hopp oder top. Der einzige, der so Mittelmaß war, war eigentlich Odell Beckham. Ansonsten war alles irgendwie 5 oder niedriger oder 14 und höher. Ah nee, 12, etwas gab es auch. Das war ja für einen Quarterback eher unterirdisch. Und auf der Bank, gut, da wäre noch White gewesen, hätte aber auch nicht so viel geändert. Und ja, Minshew, da hatte ich ja richtig Glück gehabt. Ansonsten 5 Buys, wobei das nicht so die wichtigsten Leute derzeit sind. Von daher hatte ich Glück gehabt, dass die richtig heftige Buy Week bei mir erst mal auf eher unwichtigere Gestalten gefallen ist. Aber mit diesem Ergebnis gehe ich doch sehr zuversichtlich ins nächste Spielchen und war erstmals nicht mehr der, der zuerst an die Waver durfte. Darum gehen wir doch auch mal gleich zu den Raven beziehungsweise kurz davor noch mal die Trophäenverleihung. Schwammfire hat die Thursday Night Star Award Trophäe gewonnen für Jimmy G, der, ja, ich glaube 28, etwas Punkte an diesem Spieltag gemacht hat und damit eindeutig der beste Spieler des Donnerstag-Spiels. Und dann gehen wir mal über unseren Spieltagsverlauf hinweg zu den weiteren Trophäen, die sich auf zwei Personen verteilen. Die Negativ-Trophäen gehen beide an die Playhouse Kickers, also die Pro-Coaching-Decision, für 40,34 Punkte auf der Bank und Ryan Tannehill auf der Bank als bester Spieler, der ja auch über 20 Punkte, glaube ich, gemacht hat. Also von daher Glückwunsch oder mein Beileid dazu. Ich weiß es nicht. Ich kenne ja selbst mehr als genug diese Trophäen. Da freut man sich zwar, dass man irgendwas im Schrank hat, aber irgendwie mag man die anderen Trophäen doch lieber. Und die gingen halt alle, die noch übrig waren, an die Lente Löffler. Angefangen mit Russell Wilson als Top-Player. Ja, das war, glaube ich, mehr als eindeutig. Der Above & Beyond Award mit 41,55 Punkten, die Projection übertroffen, geht ebenfalls an die Löffler. Und auch die Unreal Combination Trophy, genauso wie ich gesagt habe, Russell Wilson und Lamar Jackson die Quarterback-Kombination mit 67 Punkten. Von daher auch an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt gehen wir doch mal zu den neuen Spielen. Genau, da gab es nicht so viel Neues eigentlich. Ich hatte ja erstmals nicht den ersten Pick und habe dann auch ganz darauf verzichtet, weil ich eigentlich soweit mit der Mannschaft zufrieden war. Vielleicht in der Defense noch Potenzial. Aber ich glaube, da habe ich auch nicht wirklich was Gutes gefunden. Schwampfire hat Latavius Murray dazu gefügt. War ich auch erst am Überlegen gewesen, weil er zwei richtig gute Performances hatte. Aber mir war das zu unsicher, was ist, wenn Camera zurückkehrt. Deswegen habe ich das einfach mal gelassen, weil ich befürchte, dass er dann vielleicht wieder, sage ich mal, zu alter Performance zurückfindet. Wobei das echt schon ein Ausrufezeichen war, dass er gesagt hat, hallo, hier bin ich. Auch wenn Camera wieder zurückkommt, ich kann Punkte machen. Also da kann sich vielleicht auch ein bisschen was ändern. Dafür die Kansas City Defense gedroppt, die nicht so toll war. Dann Zach Pascal. Der sagt mir gar nicht so wirklich was. Hat aber zuletzt unter anderem zwei richtig gute Spiele gehabt. Aber auch eins, wo er nicht so wirklich auftauchte. 5 von 6 Receptions, 76 Jast und Touchdown. Gar nicht mal so schlecht. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Mal sehen, wie er sich macht. Dafür die Bills Defense fallen gelassen. Die werden, glaube ich, gerne gefallen gelassen im Moment. Adrian Peterson haben sich die Jets geschnappt. Den alten Mann, der auch zuletzt gar nicht mal so schlecht unterwegs war. In den letzten vier Spielen zweimal über 100 Yards gelaufen. Das ist doch ordentlich. Dafür Royce Freeman gedroppt. Dann haben wir hier Damien Williams von den Chiefs, der dazu gefügt wurde. Und dafür McKissick, der, glaube ich, nicht so... Och, der hat gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Aber ich weiß nicht. Vielleicht ist da ja irgendwie ein Running Back, der wieder zurückkommt oder so. Dass er da vermutlich weniger Workload bekommt. Kann alles sein. Und dann die Vente Parker von den Miami Dolphins. Ja, kaum gewinnen die Dolphins, wird sich auch ein Dolphins-Spieler geschnappt. Und dafür Robbie Anderson, den ich auch von der Friese irgendwie ganz lustig immer finde, fallen gelassen. Ich glaube, der ist auch schon durch mehrere Mannschaften gewandert. Dann wurde Will Latzt von den Saints hinzugefügt. Ein Kicker, den man sich immer gönnen kann. Und dafür Hauschka fallen gelassen. Dann gab es zum Schluss noch Chris Conley von den Jacksonville Jaguars, wo ich auch schon mal so ein bisschen draufgelunzt habe. Aber da ich ja eigentlich hoffe, dass Shark eher die Bälle bekommt, habe ich es einfach mal gelassen. In der Hoffnung, dass Shark dann auf Dauer wieder etwas mehr bekommt. Und dafür wurde die Sean Jackson von Philly gedroppt, weil er auf Injury Reserve gelandet ist. Und ja, das ist scheiße. Aber es ist halt so. Und dann gab es später auch noch ein Ryan Fitzpatrick. Ja, jetzt wo er gezeigt hat, Mensch, wir Dolphins, wir können auch gewinnen. Und jetzt ist das Tanken eh für die Katz gewesen, wurde sich Ryan Fitzpatrick geholt und dafür Delaney Walker auf die, naja, nicht Ersatzbank, sondern auf den Wavermarkt geschmissen. Mal sehen, ob der sich noch von irgendwen geholt wird. Und, uh, nö, das ist nun nicht unbedingt der Spieler, den man sich jetzt vermutlich holen wird. Ja, das war es also mit den Trophäen und den Wavern. Heute mal ein bisschen knapper, was die Tausches angeht. Bei Tottis Punktetabelle dürfte sich nicht allzu viel getan haben, denn vorne sind tatsächlich auch die beiden Mannschaften, die den höchsten Punktdurchschnitt haben. Und auch der Spieltag 9 war jetzt gar nicht mal so schlecht insgesamt gewesen vom Punkteschnitt. 150 Punkte im Schnitt, auch wenn hier die 93 von den Dice Wolers ein kleines bisschen nach unten gezogen hat. Aber immerhin, es war noch nicht die schlechteste Performance. Die schlechteste Performance war hier in Woche 4 mit 92,66 Punkten. Aber mal kurz gucken. Für die Dice Wolers dürfte es die schlechteste Performance gewesen sein. Ja, mit Abstand. Davor war die schlechteste Performance 125,38 Punkte. Und, oh, da kann ich ja mal bei der Gelegenheit gucken. Ich bin der Meinung, das letzte Spiel gegen Schwelmfeier war auch gar nicht mal so schlecht mit den Punkten gewesen. Das muss ich mal nachgucken. Und nee, war doch nicht so gut gewesen. 119 zu 134, das war doch eher das Low-Scoring-Game des Spieltages. Naja, aber dafür haben wir es ja wettgemacht, indem wir das High-Scoring-Game hatten. Also, alles mehr oder weniger wie gehabt. Die Vorgaben haben sich etwas stabilisieren können wieder von Punkten. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Spieltag 10 Recap vom Dattelbowl eurer Fantasy Football Liga. Ciao, ciao.